so neue runde mit dennis alter scheider nicht so jetzt spielen bot lane draven und leona was haben die gegner haben wir noch hier diana im jungle castio in der mitte castio habe ich auch schon lange nicht mehr gesehen und schock auf top lane findet aber echt gut dass jetzt immer alle mit wards spielen am anfang weißt du also schon hat zum beispiel word castio hat wort finde ich gut kann man nicht durch unerwartete ging es auch mal kapieren was kriegen wir dein luchs und ez ez hat kein barrier kriegen wir hin kasix haben die im jungle akali in der mitte und sec auf top lane gegen schugert bin ja mal gespannt habe ich bis jetzt nur im jungle gesehen immer gespannt wie der dort auf top laner mannett stimmel manager voller bonagier ich auch schon echt lange 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 nicht mehr gespielt krassen wie einfach schon mit der achse mache ich jetzt schon 30 zusätzlichen damage 32 einfach 100 der mensch okay wir werden automatisch erneuert ach so ja gut das ist ja klar diana im jungle weiß gar nicht wie ist das gespielt soll man gerne die jahre ist gut ja ja die macht muss ein bisschen mehr auf rustung bauen und so was da machst du nicht so viel schaden ich finde dieses eine alte einfach die echt rausgebracht haben ja dieses sonja vor item zu sonja springen oder auerglas nicht so in das ring sonja aus das ist echt also ich weiß nicht nur noch jeden bauen bringt es einfach immer da kostet nur 1100 gold und ist echt mega strong wer weit sofort die luchs ich würde sagen mit level 2 dann diese äxte weißt du die einen weg schleudern und dann machen wir den tod sollte drin sein du machst ja auch ziemlich viel der menschen mit einem mark auf den gegnern mache ich sowieso viel der mensch sollte kein ding sein muss sagen das hat auch ziemlich abgenommen die leute die hier skin haben so ich glaube den können wir da klappt immer ne ja ist einfach zwei einfach ein gerüstig ist auch einfach weißt du stanz den ich schleudere den zur seite der hat einfach gar keine möglichkeit irgendwie weg zu jumpen ich sage ja draven ist auch einfach eine damage maschine schon am anfang der macht einfach viel zu viel schaden finde ich also ich mache halt im auto tech echt übertriebensten schaden und mit leona musste so ein champion spielen draven oder ok ist hat den gekillt aber der hat auch gegen gekriegt können wir den kill wir können den killen na na ich will es nicht so gut wie dir sein ne 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 ist ok und schon fast wird gekriegt ist alles gut wenn man wort macht es naja wie viel schaden das macht kummer ich habe dann zwei auto tics gegeben man das war halt live ich meine er hat keine rüste und ich habe am open runen drin aber trotzdem alter alter stirb Ah! Das war ja auch... Great! Great job! Wie wir einfach durch so ne Kackspielweise trotzdem noch was reißen. Oh man ey, das ist echt so peinlich ey. Ja, ähm, das war so gewollt von mir. Ja. Das war echt so gewollt. Oh man ey, der Damage ist auch echt abnormal, den ich mache echt. Zusammen mit deinem, wie gesagt, mit deinem Mark da, ne, das ist so krass. Ich nehme mal noch zwei Pots mit. Hast du noch genug Geld für Wards, oder? Ach, ja, ja, habe ich. Ich nehme mal eins mit noch. Brauchst du nicht so viele bauen. Ach, ist das lustig ey. Ja, wenn wir das so weitermachen, dann sieht er doch ganz gut aus. Iona sieht man aber auch echt selten in Games ey. Ja, finde ich auch. Also im Ranked siehst du die öfter. Also, wobei ich auch sagen muss, da da in letzter Zeit auch viel Tarek, Lulu und vor allem Blitzcrank sowieso. Wenn der nicht gebannt ist, wird der eigentlich immer gepickt. Die sind halt echt krass, die Champions dann. Das ist halt die passive von Draven ist halt auch mega krass. Halt immer wenn du ein Crit oder ein Axt auf jemanden machst, weißt du, dass du dann, äh... Hau rein. Die kann halt nichts machen, ne, die ist halt echt Insta-Kill. Ja. Ist halt echt so ein Witz. Ich hab mich noch gesehen, die ist ganz normal weggerannt. Ja, ja, die stand sogar ziemlich weit hinten, es bringt nichts. Du hast die ein bisschen da geslaut oder was? Ich hab gar nichts gemacht auf die. Ich hab nur Auto-Tag. Hä, warum war die denn so langsam? Hat die keine Boots oder was? Die hat keine Boots. Du hast halt Boots. Be-Uhrteil. Na. Bleib zurück. Bo-ort, ne? Na. Nein, wahrscheinlich, keine Ahnung. deshalb leona aura ist wie dass wir da hingehen mehr runter das will ich nicht warum das sind drei der fläche halt mit zehn mit fünf prozent live flash weil sich versoldert aber ich muss mal eben zur türe gestellt erik schelz wohl wird das wohl sein mag der weihnachtsmann der osterhase oder vielleicht was auch nicht vielleicht ist es auch marcel davis in eine neue internetverbindung anbieten möchte auch sein wer weiß das schon und wasser da was hat ihr internet verkauft ja erfolgreich und gar nichts wissen von mir sollte einfach nur unterschreiben so auf denn er ist auf in den rennen ich bin tot so ach das noch und hast du noch nicht habe ich nicht das ist natürlich scheiße ja gut das war klar die jetzt babysitten kommen lol wie die akali noch da hockt im bus mann oh mein gott ist das schlecht das ist ja richtig schlecht gut das für feier hat die noch abgerissen das ist schön ja gut wir können eigentlich jetzt auch ein bisschen passiv spielen wir brauchen eigentlich gar nicht so kann ich gedacht dass er so auf den sack richter ich bin nicht subtil ich bin nicht subtil ja den hättest du auch mir lassen können ja ich wollte den eigentlich nur nochmal wollte die eigentlich nur nochmal stunnen aber brauchst du nicht gefickt hast du ja gesehen die schippt sowieso schon instant nein oh jetzt so als wollte ich den kill nicht mein gott ey die gegner sind aber auch schon ganz schön imbar ey aber unsere leute sind auch nicht so wirklich strong ey das ist noch ein bisschen ich bin der froh na hi akali kommst du halt trotzdem oder wat ja schade ha ha wie los ha 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 ist ja gelohnt dein gang würde ich mal sagen ha 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 sondern alles wir gewinnen wie gesagt du kannst auch machen der k6 star k6 star kannst jetzt dann schade kassion nicht rein nicht oberächst hinten hier die haben aber trotzdem ziemlich krasse helden also k6 und lux und gut die lux mit 05 wird die wahrscheinlich nicht mehr wirklich viel machen aber ich sag mal die akali die kann immer noch böse werden das mag sein der schug scheint auch nicht richtig zu sein er macht auch jedes mal immer noch auf denen also ich verstehe nicht echt ist ein richtiger noob der typ echt kennen den held alle nicht ehr karl wird hat die board ja schon fast hexte pink ward am drake können eigentlich mal mitte durch pushen müssten eigentlich jetzt mal druck machen auf jeder lane wäre angebracht das war jetzt scheiße weil wir kassio ein bisschen fahren wegnehmen aber lag lag wo ich könnte mich nicht bewegen alter standbild und ich stand bild sondern einfach alle haben sich nicht mehr bewegt ein 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 das ein 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 das wo standen der pink am drake davor davor in den neuen elux hi die lux macht auf jeden fall nie mehr viel auf jeden fall mal helfen mega auf dem sack zu kriegen aber eigentlich muss ich mich nur dick farben überlegen ob ich mir blade of the running king kauf jetzt ja ein infinity edge habe ich jetzt schon nutze 16 ziemlich krass ist schon mal red ist auf jeden fall das wort alte mit das ist holen dann ist ja oder gar nichts glaube ich nicht mehr einfach werden seien die geben gleich irgendwann auf einfach so kein bock mehr haben aber wenn ich vorstellen so jetzt können wir mal den truppe schnälen und dort war der rick längstens hören die alle man bitte leute warte mal pass auf die kommen da user join your channel hallo das ist bestimmt kathina ja wir hören dich nicht in dem auch gerade auf user laptop channel da ist sie weg also wie wir halt auch wieder keiner auf akali gegangen wäre wenn wir nicht auf die gehörungen denn es ist jetzt nicht so tragisch ist gestorben aber es mal echt break machen krass wie meine ulti alleine schon der die lux fast gekillt hat ja was soll ich da machen war einfach zu viel der mensch soll ich mal gleich habe ich habe gleich minuten 20 muss man sich mal reinziehen habe ich gleich blade of the ring king und dings ready also jogert fickt dich kommt er einfach an und frisst den dicken gut krieg weg anstatt den kleinen zu essen so ein spaß digger kommst du da weg denn es was das wert ich weiß nicht hat er für dich bonus gekriegt die mir break ja ich bin fett aber jetzt schon hat echt 0 41 das heißt wir haben oh mein gott ich war vorhin 17 von den 18 kills beteiligt okay cool so jetzt brauche ich nur noch warmox bauen der mensch habe ich genug minute 20 habe ich in findet die edge und blade of the ring king sagen der mensch habe ich genug warmox ink und dann unser stöber haben die alle noch gar keine resis gebaut keiner von denen hat irgendwie rüstung gebaut sie einfach zerstören wird jetzt sei denn ich bin position in facebook dann natürlich nicht aber ich habe ja mein private support hier bleibt die gena war die gena war immer noch auf zu werden das ist krass boah lol einschlag einschlagen oder da war noch nicht mal mit haxen da war einfach nur ein autothek eigentlich müssen wir nur alle mitte gehen und dann passt aufpassen dass der hat die mich nicht zählen aber die haben eigentlich kein cc bis auf lux also von daher kann ich eigentlich die ganze zeit permanent in die rein kloppen ich habe echt ich habe angst dadurch ausgerechnet in dem moment wo ich go machen will oder weggehen will ein spike kriege ich ja komm sick krass einfach ja oh nein boah die haben auf die pokai unglaublich aber die alle zerstören jetzt einfach ja tschüss war so halt ne ja war knapp aber ich habe meinen barrier gejust uah ist er auf ja 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 das war es dann wohl also mal so so jetzt kann ich mir schon fast war mox also die dicken teile zumindest kaufen 1000 gold fehlen mir noch aber wenn ich war mox dann hab ne alter erinnert mich echt wenn ich dort hätte dann bin ich voll lieber auch krass dieser sustain einfach den ich von dem blade of the ruin king gerade bekommen habe sonst hätte ich gleich an dem kassiks auf jeden fall gestorben hätte mich auf jeden fall gekillt sonst habe ich gleich 2200 hp mit der w13 wo gemerkt ich habe sogar mehr live als show oder 500 api nicht ganz von 400 so ich komme bitte ziehen den inhibitor weg und dann machen wir die toad vor allem aufpassen weil nur ich gefeated bin und geht in gage ich denke mal die werden jetzt gleich zu rennen achte ich weg eigentlich könnten wieder locker noch gewinnen also nicht locker aber die könnten hat es gut gehen ich mich nur einmal scheiße abreißen aber wir ziehen jetzt hier die base weg boah best engage ever krass der ich mache ich holy shit aber lustig da dann einfach mal so wir uns einfach mal entschieden haben wir reißen die ab und der erste kill fand ich immer noch am lustigsten wir haben uns einfach entschieden zu töten und dann ist sie geplatzt nein bitte nicht zwei hier ist dann schon weg oder items hat das alter du hast eine minute 26 auch schon krasse items ja die haben aufgegeben ja gut das war es noch eine freude mit lol wir hoffen euch jetzt gefallen und sagen bis zum nächsten mal